Ja, fast kann man heute eine Blaupause drauflegen bei der Beurteilung des Spiels von Fortuna in Kaiserslautern auf das Aue-Spiel am Mittwoch. Schön war es nicht, genauso wie am Mittwoch. Erfolgreich war es trotzdem. Letztlich kommt es natürlich darauf an, Fortuna gewinnt 3 zu 1, nimmt die Punkte mit, baut den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Klar, das ist das Entscheidende. Es wäre nur schön, wenn es mal insgesamt wieder ein bisschen runder liefe. Das ist Jammern auf hohem Niveau, das ist Meckern auf hohem Niveau, das ist vollkommen klar. Nur über weite Strecken, Fortuna, doch sehr schwer getan. Und ich wage die Behauptung, ohne den Feldverwalt, ohne den Elfmeter, beide allerdings völlig berechtigt, wäre es hier in Kaiserslautern ganz schwer geworden, das Spiel noch zu drehen. Egal, Schwamm drüber, gewonnen, im Moment passt alles.